hallo leute ich bin mit mario master und ich bin dann hier heute und wir begrüßen euch hier die heißen euch willkommen zurück zu joshies molly wir haben ein bisschen offscreen zeug gemacht ja es waren wir alle über den letzten platz gemacht haben alle ersten alle blumen alle münzen alle wolle genau 12 joshies haben wir dazubekommen ja und hin auf den 60er schwarze ja ich sehe nur einen grünen joshies mollusen der andere einer der form fällt was jetzt schon aber wir sind noch nicht fertig wir müssen doch noch eine zugabe liefern da wird mir schon voll einfach was auch jetzt noch mal das schlag ich lange ist keines das ist das ist das glaube ich dann da oben aber wolle verdammte und war wieder hat fliegt eine blume hinterher wir können nicht weiter an verschiedene schenken das passiert ja slowly forging to the floor glaube der magnet ist die ganzen netten ja vielleicht ja das ist ein problem für die zunehmen und das ist so schnell nein steig wo bin ich nicht 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 warum ist das so schnell nein es ist übertrieben respekt an alle die das im first try schaffen nein war noch nicht rein nein nein help nein nicht oh gut das ist eine blume schnappen wir uns immer als einfach der falsche überleben was verwalten die mich der ist interessanter lasse die kamera action auf ihn der geht zum richtigen ich glaube dass das ist das könnte man sogar wenn wir 20 jahr zu bekommen sind wir sicher am ende hängen die ganzen herzen irgendwo in der luft deswegen habe ich gesagt der magnet ist ein bisschen wundern nein nein Nein! Okay. Jetzt werden die zweite Buche passt. Egal! Jetzt ist doch erstmal egal. So, Rollo haben wir noch ja auch schon verpasst, ja. Was? Nein, aber wohl. So viele Edelstein gegen Gesicht. Ja, da sind sie alle. Erstmal einfach durch. Naja. Wir waren jetzt sechs Minuten. Ja, wir nehmen beide den Magneten. Ja. Dann schaffen wir trotzdem irgendwie noch was daneben. Ja. Pass auf. Mit den Herzen wird dann kompliziert, weil da muss ja einer hier. Ja, dann würde ich sagen, bleibst du unten, bleibst du oben. Ja. Okay, aber das ist echt ein witziges Level. Ja, finde ich auch. Ich mag es. Ich liebe es. Ich nehme an, wenn wir jetzt hier sechs Minuten machen, dann bestimmt nicht 25 Minuten dauern, glaube ich nicht. Oh, guck mal da. Wir passen. Wir passen. Wir haben, wir haben uns erhört. Ja. Sie haben uns erhört. Bereit? Taniyoshi. Ja. dann machen wir jetzt so lange aber nicht so lange aber wenn man es wäre gut wenn wir jetzt mal schaffen genau damit wir das letzte und damit wir dann das 6 speziale machen können dann geht es auch schon so langsam in richtung ende dieses ganzen projekt dann können wir noch vielleicht versuchen noch die letzten gegner zu sammeln so lange geplant haben wir haben alles wasser offensichtlich nein nein ja da waren die noch mal dafür hat man sich da gerade ein gesammelt hat waren die alle ich glaube wir haben alle edelsteine ja hier steine münzen ja also alle münzen kann man sagen alle edelsteine ja wir haben alle münzen wir haben so normal verpasst bekommen ja wir haben die vierte wolle verpassen die letzte blume ich habe die gar nicht gesehen in der hektik aber hier das ist eigentlich ein richtig gutes level zum fahren ja ja dann nehme ich jetzt mal nur den magneten letzte blume und die vierte wolle ich bin ehrensteine bekommen ja genau aber sehen ja und es müssen sich eigentlich rentieren habe ich aber jetzt zwar haben wir alle münzen und sind noch eine blume machen wir mal weil es so ein spaß macht wir haben ihren anschluss zu verpasst herr dann ja es war ich bleib oben du bleibst unten aber ich bin als er abgestürzt ist noch einfach ja da haben wir da rein aber die blume so lange kommt mein eigener welcher dahin oder welche ist doch gleich wie man das macht aber hey wir haben die letzte blume haben 13 wir haben 3000 und edelsteine bekommen wir machen eigentlich nur ein verlust von 2000 jetzt mit dem brudelspiel garantiert sich also mal doch wie war es nach den 15 minuten ja gut okay noch wird ein wird eingereicht gut machen wir ja gut machen wir ja genau top 3 top priorität könnte der das ist es ist ss joshie ich habe mini ss normaler wir gehen zurück in der zeit für leute die sich noch erinnern solche konsole gab es mal ja ich kann mich erinnern ich habe meine superlinten oder auch mal jetzt kommt der lava fluss des skelettes lava fluss hitze dann komme er her na dann mal los 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 auf die das war eine clevere investition richtig gemacht ich mich ja wenn sie so lange zu spät ja da blumen ja ich hole mir da mal ja sieht aus wie m.i.s jetzt so bekommen meins joshi geh weg blak rolle nach bei mir wieder ab ich wusste und womit habe ich es gerochen dann füßen mit einem riesigen da waren zehn herzen drin alles aber sonst ich muss ich sagen dass man leichtes level wenn es nicht auch ja also ich bin mir sicher wenn wir nicht mal es war noch nie nach fünf minuten was soll ich denke mal hier können wir eben die herzen einsammeln dann müssen wir nur bis zum ende kommen und dann nehme ich wieder hier das ist das gelade nichts anrichten können und dann muss ja eigentlich nur zehn herz am ende oder ich freke und du schlucken und dann sammle ich die zehn herzen ein genau so wir werden das auf jeden fall wie hast du so viele gute grau wie ein fressen du bist nicht wie ein irrer da ich es wie jeder der mich kennt weiß ich bin ein sehr schneller ist da kennst du mich aber nicht kann fast alles verschlingen doppelt so viel auf dem volk hat sich ein neuer level geöffnet das wird auch noch auf das finale sein aber erst mal müssen wir uns in den ersten zusammen und jetzt n es joshii wo besteht das nintendo entertainment system und wo steht das n es super nintendo entertainment system sehr gut ok nein ich habe den effekt ausgewählt kannst du es war jetzt müssen wir ja warte wenn wir beenden ja das schlimmste und die schlimmste art von verständung geldverschwendung seit nach zeitgegenstände nein das schlimmste ist natürlich zeit verschwenden jeder der mich kennen weiß ich hasse es wenn man zeitverschwendet so jetzt aber jetzt kommt mir hier durch jetzt geht er da war richtig so jetzt aber ab an die arbeit wenn ich jetzt schlucken ja ich brauche noch genau dann sage ich nur nach rechts nicht ganz schön gegenseitig anstecker okay außer wenn du jetzt wir können das nicht machen machen jetzt warte auf mich was sie macht kaputt ja sie mit dem spezial event fertig und die hat sich das noch bei den einigen werden wir auf screen nachholen wir haben noch zehn minuten ja wir machen wir machen das offscreen ok man kommt jetzt noch der post pavillon kommt noch zehn minuten schaffen wir nicht in zehn minuten aus dem bau muss man ja mit ein eigener partner aus dem letzten endet wird auch noch ein part oder wir können noch mal versuchen alle herzlangen soll ja machen wir dann noch mal da ist aber schon alles umsonst zu bekommen ja im moment war weiß wenn wir an die abgrund nehmen für diese wirklich funktionieren wir sollen weil das level einfach zu schnell ist aber warum man eigentlich ich brauche mal kleid und ich brauche nichts weil ich würde im abnehmen des partys zum ausprobieren dann nimmst du einmal auf die wir haben überhaupt gehen gleich funktioniert ja wenn das wird funktionieren sollte dann wie ich aber bei uns einfach nur nach rechts hast du auch noch nicht gucken Du bist die ganzen Liga am Ende einsammeln, ne? Ja, ich geb mein Bestes. I'm too fast, you're too slow! Geh da unten! Ja, ist auch noch nicht, Gerard. Nein! Nein! Verfolgt den Typen. Ich bin interessanter. Ja, ich bin viel interessanter als er. Folgen Sie diesen blauen. Ja, folgen Sie diesen grünen. Das ist immer nicht. Das Problem ist nicht, dass ich noch bin, habe ich gesehen. Ich bin da hochgesprungen. Das Problem ist aber nicht, dass ich abstürzen bin. Und sie so schnell bist. Ja, aber wie gesagt, dass diese Anstrecke schwachsinnig ist. Warum hörst du nicht auf mich? Nee. Aber ich kann nicht mehr durch den Abgrund sterben. Na ja. Hast du gesehen? Na, du stimmst einfach, weil du aus dem Ballon aus dem Spiel raus gehst. Ich sterb doch nicht. Ja. 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 Ja, ich sag mal, was ist. Ja. 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 Das ist ja genau die Herzen. Ja. Das ist ja extrem präzise sein. Ich sehe immer nur, wie die Ballons kaputt gehen, aber die Dinger hängen noch in der Luft. Ich bin auch am Leben. Was ist gerade passiert? Warum? Jetzt kommt es bestimmt rein, na? Ich bin vom Schaden zu verfallen. Du bist runtergefallen. Nee, du bist so einfach normal. Ich habe mich bewegt dabei. Können wir uns versehen? Ich dachte, die Kamera wollte ja auf der iPhone kustieren. Da geht es gerade richtig ab, lass mal da eigentlich schon wieder. Okay. Schneller hast du. Nein! Da muss man daneben sein. Leicht. Und... So. Jetzt zieh mich noch mal auf. ja nein 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 da die kredit zahle da muss sich zu fallen lassen genau da muss ich mich einfach fallen lassen ja dann muss sie so normal einfach dann müssen wir wieder ich bin von ein ich bin von der 1 zu der exakt gleichen werden gesprungen ich denke mir immer wieder irgendwie so wieder von sehen wieso macht das kann er so abstürzt ich bin ja immer noch ja will ich so ab und aus dem abgrund wieder auftauchen ich will nicht feiern ja immer spannend ja ich dachte da wollte es versuchen der vorgang fällt ja früher runter wie wenn die herzen als die herzen kommen man das wird echt schwer ja wie gesagt und machen wir auf screen ja jetzt wie auf die level schon gespielt von sechs mal ja aber es geht ja relativ schnell ja hey ja und ja 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 ich habe nicht sabotiert okay wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder das nächste mal wird der bus pavillon dran sein also auf keinen fall verpasst bis dann und schau bei bei